ja moin leute willkommen auf einem kanal barcraft.com. Es wird immer Zeit für einen Erlebnisbericht und das ist hier tatsächlich was ganz besonderes. Und zwar machen wir immer sehr viel oder ich mache ja immer sehr viel über Panzer und Jagdpanzer und alles mögliche, was da so auf Ketten unterwegs ist. Aber tatsächlich gibt es natürlich auch die andere Seite des Infanteristen. Ich meine, da haben wir auch schon was drüber gemacht. Aber es gibt halt wenig Erlebnisberichte und gerade jetzt diese Kombination von diesen Aufzeichnungen, Mensch gegen Panzer, fand ich wirklich beeindruckend. Ich meine, ich habe schon viel gelesen, aber das ist schon wirklich schwerer Stoff, nenne ich das jetzt mal. Und bevor ich hier loslege, will ich kurz den Hintergrund erzählen. Also ich bekomme ja sehr viel Zuschriften und Informationen von allen Seiten. Da auf diesem Wege nochmal vielen Dank. Also wenn immer ihr was findet aus der Zeit, was interessant ist, gerne schicken. Und so bekam ich eine E-Mail von dem Herrn Hermanns. Und der Herr Hermanns hatte mir Folgendes geschrieben. Das muss ich kurz mal hier umschalten, damit ich das lesen kann. Lieber Sascha, dies sind die Aufzeichnungen meines Großvaters Karl Ludwig Hermanns. Er war Unteroffizier in der Wehrmacht, 1942 in Russland schwer verwundet und dadurch später im rückwärtigen Bereich eingesetzt. Im Zuge der Abwehrkämpfe im Harz wurde mein Großvater in Panzervernichtungstrupps eingeteilt. Soweit ich weiß, gehörte er zur 326. Volksgranadierdivision. Über seine Zeit an der Ostfront hat er nichts erzählt oder aufgeschrieben. Aber diese Erlebnisse im April 1945 auf deutschem Boden haben ihn wohl so beschäftigt, dass er die Zeilen schrieb. Diesen Bericht, den ich in dem Nachlass meines Großvaters fand, habe ich so gut ich konnte aus seiner Handschrift übernommen und abgetippt. Ich würde mich freuen, wenn Sie das über den Kanal vortragen könnten, um den Zuschauern zu vermitteln, was die Bestie Krieg mit einem Menschen macht. Peter Hermanns in Kassel, 2021 Das war das Anschreiben und tatsächlich geht es hier um die Kämpfe im Harz. Also wer das weiß, die amerikanischen Truppen sind ja am Harz vorgerückt und haben dort gegen die Reste der 11. Armee angekämpft, sage ich jetzt mal. Und da waren sehr viel versprengte Einheiten und gemischte Einheiten und SS-Division und unter anderem auch diese Volksgranadierdivision. Das hatte ich mal rausgesucht, aber die exakten Kampfabläufe konnte ich nicht nachvollziehen, da habe ich die Literatur leider nicht für. Aber man kann schon nachvollziehen, was diese Männer da erleiden mussten in diesem Kampfabschnitt. Aber wie gesagt, hört euch das am besten selber mal an und ich bin nicht sicher, ob es jetzt, ich bin jetzt gerade am Anfang dieses Videos, ob es zwei oder drei Teile werden, aber es ist schon wirklich, wirklich interessant. In diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir mal ein. April 1945 Wir lagen mit unserem Regiment hinter dem Frontabschnitt und waren immer ca. 50 km vom Kampfgeschehen entfernt. Im rückwärtigen Kompaniebereich gab es immer viel zu tun. Verwundete kamen zurück, Ersatz ging nach vorne, Waffen und Munition, Verpflegung und alles was nötig war wurde angeliefert und von uns übernommen. Man hatte sich mittlerweile auf ein balliges Kriegsende eingestellt. Leider sah die Armeeführung das nicht so und es wurde immer zäher unter den hingenommenen Verlusten an Menschenleben kaum einen Meter Boden ohne Blutvergießen dem Feind überlassen. Trotzdem gab es auch in unserer Kompanie keine Auflösungserscheinungen. Alle verrichteten ihren Dienst wie befohlen und waren angesichts der uns gegenüberliegenden US Truppen auch im Klaren darüber, dass wir diese Kriegsmaschinerie nicht mehr aufhalten konnten. Schlimm waren die jungen Burschen bei uns die noch nichts vom Krieg gesehen hatten. Die wollten ran und dem Ami die Nase blutig schlagen, wenn die wüssten was das wirklich bedeutet Auge in Auge zu kämpfen. Aber natürlich waren die jungen Männer durch und durch auf den Endsieg getrimmt und durch die Propaganda waren sie natürlich auch mit Feuer bei der Sache. Oftmals kamen einige nach den ersten Gefechten leicht verwundet zurück und in den Augen sah man das Entsetzen über die erlebten Dinge. Wir Älteren waren das schon etwas abgeklärter und wussten wie der Hase läuft. Der Druck der US Truppen wurde immer stärker und es kam kaum noch Personalersatz an die Frontlinie. Dann kam das was wir schon alle lange befürchtet hatten, der Heldenklau ging um. Wehrmachts Offiziere und auch mal SS Leute gingen durch die Trosseinheiten im Hinterland und holten die halbwegs kampffähigen Männer zusammen um als letzte Reserve nochmal zu den Waffen zu greifen. Zusammen mit dem jungen Gemüse war es schon das letzte Mittel. Ich hoffte nach meiner schweren Verwundung im Osten nie wieder ein Gewehr in die Hand nehmen zu müssen, aber da lag ich wohl falsch. Wir mussten antreten und tatsächlich hat unser Oberleutnant dem Heldenklautrupp erklärt, dass er nur Kriegsversehrte hat die kaum noch kämpfen können. Ich für meinen Teil zog das Bein nach und konnte den linken Arm nicht mehr so richtig bewegen. Meine Lunge hatte auch etwas abbekommen, das war damals in Russland und so waren weite Märsche und auch Kampfhandlungen für mich kaum mehr möglich. Von unseren zehn Mann wurden trotzdem zwei mitgenommen um die Frontlinie zu verstärken. Glück gehabt dachte ich mir und der Herr Oberleutnant freute sich, dass er einen Großteil seiner Leute behalten konnte. Das hielt aber auch nur ein paar Tage an, dann kam ein Hauptsturmführer der Waffen SS, der auch Soldaten für die Front benötigte. Er schien auch alle Vollmachten zu haben, denn trotz den Erklärungen meines Chefs wurden diese einfach zur Seite gewischt und es wurde befohlen. Er zog bis auf zwei Mann alle aus dem Wirkungskreis unseres Herrn Oberleutnants heraus. Trotz schwerer Interventionen gab es keine Diskussion, wir sollten alle mit. Wir wurden dann alle nach unseren körperlichen Einschränkungen gefragt und erklärten natürlich wahrheitsgemäß was wir alle nicht mehr konnten. Das wurde auch wieder einfach vom Tisch gewischt und ehe wir uns versahen wurden wir auf einen LKW verladen und zum Spezialeinsatz gebracht. Ich kann mich noch heute an das Gesicht meines Oberleutnants erinnern, der sehr traurig an der Straße stand und uns nachschaute. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Wir wurden zu einem Sammellager gebracht und uns wurde eine Baracke für jeweils sechs Mann zugewiesen. Die Verpflegung war gut und Rauchwaren gab es hier im Überfluss. Scheinbar haben diese Spezialkommandos Sonderrationen erhalten. Am Abend saßen wir lange zusammen und enthielten uns über das kommende. Wir waren drei Ostfrontkämpfer und drei Mann ohne jedwige Fronterfahrung. Wir erzählten was wir schon erlebt hatten und dass das hier kein Spaziergang werden wird. Türmen ist auch keine Alternative, die Kettenhunde knüpfen einen dann gleich auf. Ein junger Gefreiter war mir sehr sympathisch und wir unterhielten uns lange über die Heimat und was alles so passiert ist. Ernst Hamm hieß er und ich wollte gerne dafür sorgen, dass er in meiner Nähe bleibt und sich nicht unnötig in Gefahr begibt. Nach einer unruhigen Nacht wurden um 6 Uhr geweckt, Morgentoilette und 6.30 Uhr Frühstück. Da hatten sich die Köche wirklich viel Mühe gegeben und ein richtiges Frühstück mit Eiern und frischen Brötchen stand da. Alle freuten sich, doch irgendwie hatte ich das Gefühl es handelte sich um unsere Henkers Mahlzeit. Um 8 Uhr antreten und ein junger Leutnant der Pioniere hielt eine lange Ansprache über das Vaterland, den Endsieg und über das letzte Opfer des Soldaten. Also reden konnte er aber trotzdem wusste er sicherlich was uns erwarten würde. Es ging ja gegen den Ami und die sind eh alle feige meinte er. Beim ersten Schuss laufen die wie die Hasen wurde uns erklärt. Ich war nicht seiner Meinung aber hielt mich natürlich zurück. Etwas später gab es dann eine lange Einweisung an der Panzerfaust. Für mich nichts Neues, ich hatte schon mit den Dingern zu tun gehabt und die eine oder andere bei einer Schulung meiner Kompanie abgefeuert. Das waren die mit knapp 100 Meter Reichweite. Wir fragten auch nach den neuen Panzerbüchsen, aber die wären hier noch nicht angekommen. Nun denn. Es wurden immer zwei Mann zu einem Panzervernichtungstrupp zusammengestellt. Zwei Panzerfäuste, ein Gewehr und eine Pistole. Das war alles und das musste reichen. Eine MP wäre besser gewesen, aber nur der Herr Leutnant hatte so eine Waffe. Wir bekamen das K98. Am späten Nachmittag sollten wir schon zum ersten Einsatz. Der Leutnant erklärte uns noch, dass jeder der fünf Panzer vernichten würde, dafür eine Woche Sonderurlaub kriegen könnte. Das war natürlich sehr verlockend, aber trotz allem nicht wert das eigene Leben wegzuwerfen. Wir wurden mit fünf Trupps auf einen LKW geladen und fuhren in Richtung Frontlinie. Der Himmel war bedeckt und somit auch wenige Flugzeuge des Gegners in der Luft. In einem Tal angekommen wurden wir vom LKW gescheucht und zusammen mit dem Leutnant wurden wir anhand einer Landkarte eingewiesen. Eine Oberfeldwebel war dabei und der sollte unseren Angriff koordinieren. Der Plan sah vor in einem Waldstück auf den Ami zu warten und dann zwei oder drei Panzer zu zerstören. Das würde den Formal stoppen und wir hatten dann genug Zeit uns wieder abzusetzen. Ich wollte was zu meinem Bein und meiner Lunge sagen, aber der Leutnant zischte mich an, ich sollte still sein. Das würde der Oberfeld schon regeln. Wir sollten uns mit vier Mann links und mit vier Mann rechts der Straße postieren. Die ersten zwei im Schützenloch 50 Meter von der Straße weg und dann die nächsten beiden knapp 50 Meter weiter die Straße hinauf, aber auch nur 25 Meter vom Hauptweg entfernt. Dann auch noch so versetzt von beiden Seiten der Straße, dass man ein Kreuzfeuer aufbauen kann. Der am dichtesten am Ami stehende Trupp sollte den zweiten Panzer und der dichter an der Straße liegenden Trupp den ersten Panzer abschießen. Wenn möglich sollten wir alle beide Rohre abfeuern und dann wieder Teufel zurück. Der fünfte Trupp gibt Deckung. Der Plan war soweit gut aber mit einem MG als Deckungstrupp würde es noch besser klappen. Aber der Oberfeld meinte das wir keine MG haben und damit nun irgendwie umgehen müssen. In zwei Stunden sollten die US Truppen den ansteigenden Waldweg herauf kommen, also genug Zeit sich eine ordentliche Stellung zu suchen. Wir wurden 30 Meter an der Straße entfernt eingeplant. Erst war mir das nicht recht, aber das Gelände dort war für uns von Vorteil, wir beide konnten nach hinten in einen Graben verschwinden und dann in Deckung vor den Feinden zum Sammelpunkt laufen. Wir richteten uns so gut ein wie wir konnten und ich erklärte ernst, dass ich die beiden Panzer Fäuste abfeuern würde. Er sollte mir mit dem Gewehr Deckung geben. Er willigte ein und ich merkte das er sehr nervös war. Mir ging es nicht besser aber durch die Ostfront war ich sicherlich etwas anders auf die kommende Situation vorbereitet. Als wir so in unserer Deckung lagen und rauchten hörten wir dann schon die Panzermotoren. Ich spähte in den Waldweg hinab und konnte noch nichts erkennen. Die Panzer waren nun auch deutlich zu hören und ich versuchte durch das Gestrüpp etwas zu erkennen. Glücklicherweise hatten wir Tarnhemden bekommen und mit etwas Grünzeug am Helm waren wir kaum zu erkennen. Ich sah den ersten Army Panzer, wohl ein Sherman und davor ein paar Soldaten mit den Waffen im Anschlag. Die hatten wohl schon gehört dass wir hier liegen oder vielleicht haben die auch schon Panzer durch unsere Trupps verloren. Mittlerweile konnte ich drei Sherman Panzer sehen und dahinter Kettenfahrzeuge mit Infanterie. Die US Soldaten schienen sehr vorsichtig zu sein und die Panzer fuhren im Schritttempo den Waldweg entlang. Ich sah auf jedem Panzer einen weiteren Soldaten stehen der ein riesiges Maschinengewehr bediente. Ich zeigte es ernst und erklärte ihm dass er, sollte ich den Panzer nicht treffen sofort diesen MG Schützen erledigen muss, der macht uns sonst zur Sau. Ich machte mich bereit zu feuern und als der erste Sherman Panzer auf meiner Höhe war feuerte ich meine Panzerfaust ab und ging sofort in Deckung. Es war wichtig nicht bis zum Einschlag zu warten weil man sonst sofort gesehen wird und in der Regel die Infanterie auf einen schießen würde. Ich hörte eine Explosion aber das war wohl nicht getroffen. Jetzt schoss auch der Trupp gegenüber und auch er traf den Panzer nicht. Scheinbar verwehrt feuerten die Amis nun auf den anderen Trupp und so hatte ich die Möglichkeit einen zweiten Schuss abzugeben. Ernst hatte schon den MG Schützen ausgeschaltet und ich nahm mir Zeit zum zielen. Gerade als ich abdrückte flog der zweite Panzer in die Luft und nur einen Augenblick später traf mein Geschoss den vorderen Sherman. Ich war wieder in Deckung und Ernst schrie mir zu dass es ein Volltreffer war und der Panzer brennen würde. Es war ein heilloses Durcheinander, schreiende Menschen, brenzende Panzerleute und die Infanterie die sich nun daran machte uns zu bekämpfen. Also ab dafür, ich zog Ernst runter, der wollte noch weiter kämpfen, aber ich konnte ihn überreden mit mir zu kommen, ab in den Graben und bloß weg hier. Wir hörten weiterhin Kampflärm aber wir versuchten so schnell wie möglich wegzukommen. Zwei Kilometer waren es bis zum Sammelpunkt und das war für mich schon schwer genug. Ernst nahm das Gewehr und die Pistole, auch mein Stahlhelm trug er noch damit ich es leichter hatte. Es war wirklich sehr anstrengend und als wir dann endlich am Sammelpunkt ankamen war ich total erschöpft. Mein Bein schmerzte und ich bekam kaum noch Luft. Wir warteten noch 30 Minuten und mit nur 6 Mann fuhren wir zurück. Das Schicksal der anderen war ungewiss. Der Oberfeldwebel meinte noch, dass er mindestens 3 unserer Soldaten gesehen hat die getroffen worden sind. Wir kletterten in den Lkw und verlegten zurück in unser Lager. Der Leutnant begrüßte uns und war stolz auf seine zwei Abschüsse. Aber der Preis war vermutlich auch 4 Menschenleben. Ich gab die Hoffnung auf hier wieder heil raus zu kommen. Ernst dagegen war guter Laune und auch der Meinung, dass wir nun doch das Kriegsglück noch wenden können. Ich hielt mich wie immer zurück und machte mich über ein spätes aber reichhaltiges Abendbrot her. Sogar eine Flasche Bier pro Mann spendierte der Leutnant. Das war schon mal was tolles. Die Frage ist, was wird der nächste Tag bringen? April 1945 Panzervernichter Teil 2 Merkwürdigerweise konnte ich diese Nacht trotz des Erlebten ruhig schlafen. Ich denke das Bier hat sicher geholfen wobei es dann doch ein paar Flaschen mehr wurden, da der Oberfeldwebel auch noch eine Runde spendiert hat. Trotz der vier Mann die wir verloren hatten und die Ungewissheit ob die nun gefallen oder verwundet in Gefangenschaft geraten sind war die allgemeine Stimmung doch euphorisch. Auch der nächste Einsatz würde wieder Leben kosten und ich hatte das Gefühl wir tanzen hier auf dem Vulkan. Am nächsten Morgen wurde erklärt, dass wir am Nachmittag wieder die Panzerspitzen aufhalten sollten, also auch viel weiter vor der HKL zum Einsatz kommen würden. Ich nahm mir die Zeit ein paar letzte Zeilen an meine Eltern zu verfassen und bat einen der Verpflegungsunteroffiziere den Brief, sollte ich nicht zurückkommen an meine Eltern zu senden. Der Brief war tatsächlich nicht lang aber es war mir wichtig, dass meine Eltern wissen sollten, wie dankbar ich ihnen war, dass sie mich großgezogen haben. Leider durften wir nicht schreiben wo wir jetzt genau waren oder was wir machten, aber darum ging es hier nicht. Ein letzter Gruß sollte es sein. Gegen Mittag gab es nochmal ordentlich Verpflegung und mit vollen Bäuchen haben wir dann unseren LKW beladen. Diesmal hatte der Oberfeldwebel tatsächlich eine MG dabei und auch reichlich Munition dafür. Sicherlich hat er auch gemerkt, dass unsere Trupps sich nur dann richtig zurückziehen können, wenn wir entsprechende Feuerunterstützung haben, die dann auch die feindliche Infanterie niederhalten kann. Auf schlechten Wegen ging es bis zur Front. Hier war es sehr unübersichtlich und die Soldaten an der Straße sahen nicht so aus als wüssten sie wo der Feind genau stehen würde. Der Leutnant sprach vor Ort mit einem Hauptmann und wir wurden in ein Waldstück dirigiert. Hier, so hieß es, würde der Ami nur durchkommen, wenn die anderen beiden Straßen nicht befahrbar wären. Wir luden ab und machten uns auf den Weg. Wieder mit zwei Panzerfäusten und dem Gewehr. Ich hatte auch wieder die Pistole, aber ich dachte mir auch schon, dass ich die nur dann benutzen würde, wenn schon alles vorbei ist. Der Bereich den wir verteidigen sollten war schon mit Infanterie besetzt und die Kameraden hatten, soweit ich das sehen konnte auch Panzerfäuste dabei. Ich fragte mich dann doch, was wir hier noch machen sollen. Eine Antwort hatte der Oberfelder auch nicht. Ein blutjunger Leutnant nahm uns auf und brachte uns zu seinem Vorposten. Hier sollten wir die Panzer bekämpfen, wir waren ja nun die Spezialisten. Der MG Trupp suchte sich weiter hinten eine gute Stellung und uns wurde noch erklärt, dass wir schwere Granatwerfer hätten, die auf Zuruf den Abschnitt hier unter Feuer nehmen könnten, natürlich erst dann, wenn wir weg wären. Das Gelände war nicht günstig und der Weg durch den Wald war höher als unsere Stellung. Ernst meinte zu mir, dann könnten wir den Panzer besser treffen, ja das stimmte wohl, aber die Soldaten auf dem Panzer konnten einen großen Bereich einsehen und uns schnell ausfindig machen. Auch die Rückzugsmöglichkeit war nicht gut. Knapp 100 Meter hinter uns war eine Senke, dahin mussten wir es schaffen, sonst macht uns der Armee fertig. Wir gruben uns ein und sollten dann wie besprochen den ersten Panzer knacken und der andere Trupp den zweiten. Diesmal warteten wir tatsächlich mehr als zwei Stunden im Loch und ich wollte noch fix austreten, da grummelte es auch schon die US Truppen rücken an. In schneller Fahrt fuhr ein Spähfahrzeug den Waldweg anlang und blieb knapp 50 Meter vor uns stehen. Der Peil sicher die Lage dachte ich mir. Dann kamen die Panzer und die Infanterie. Der Spähwagen blieb stehen und die Panzer rückten auf. Ich weiß nicht warum aber plötzlich setzte massives Granatfeuer auf unsere Stellung ein. Das war eigener Beschuss und wir konnten uns nur tief in die Löcher ducken. Der Boden erzitterte und die Erdbrocken flogen durch die Gegend. Gut war, dass die Amis auch den ganzen Reigen abbekamen und wir mussten nur hoffen, dass wir das Feuer überstehen. Ich schaute vorsichtig in den Donner und Rauch aus dem Loch und sah, dass der Spähwagen schon getroffen war. Die feindliche Infanterie lag im Graben, die Panzer schoben sich nun an dem Wrack vorbei und da sah ich meine Möglichkeit. Ich nahm die Panzerfaust, entsicherte und zielte. Ernst lag noch immer mit dem Kopf im Dreck, also kein Deckungsfeuer für mich. Aber durch die ganzen Einschläge und den Rauch waren wir hier nicht zu entdecken. Ich visierte und schoss, gleich darauf wieder in Deckung. Es knallte ordentlich und ich hatte den Panzer getroffen. Der brannte diesmal nicht und ging auch nicht in die Luft, aber er stand und qualmte. Der zweite Panzer hatte uns dann wohl doch gesehen und drehte den Turm in unsere Richtung. Ich blieb in meiner Deckung und wartete darauf, dass er uns eine Granate in unser Schützenloch schmettert. Aber stattdessen knallte es nur laut und wir bekamen nichts ab. Nun setzte auch ein Gehfeuer von unserem Deckungstrupp ein und ich riskierte wieder einen Blick über die Kante. Ernst hatte sich wieder gesammelt und legte den Karabiner an. Der zweite Schirm entstand in Flammen. Aus dem Führungspanzer den ich getroffen hatte, kletterte die Besatzung heraus. Aber weit kamen die nicht, denn das MG hielt voll drauf und die Männer wurden auf dem Panzer regelrecht in Stücke geschossen. Die Amis türmten und wir nutzen die Möglichkeit um auf dem schnellsten Weg zurück zu laufen. Wir rannten so schnell wir konnten auf die eigenen Linien zu und wurden dann von unseren Kameraden aufgenommen. Ich war wieder fix und fertig aber nun hatte ich schon den zweiten Panzer erledigt, wenn das so weitergeht kriege ich doch noch Heimhauturlaub. Tatsächlich trafen wir uns alle am Sammelpunkt wieder. Nur bei dem anderen Panzervernichtungstrupp gab es ein paar Granatsplitter in den Armen. Ansonsten hatten wir alles gut überstanden. Ich hatte meine zweite Panzerfaust in dem Tumult liegen lassen, aber ich erklärte schnell dass diese ein Abfeuerversager war und ich habe sie gleich dort liegen gelassen. Ernst sagte nichts dazu, so war eben Kameradschaft. Es wurden auch keine Fragen gestellt und wir fuhren zurück. Der Oberfeld meldete unserem Leutnant den Abschuss zweier Panzer ohne eigene Verluste. Er war schwer begeistert und notierte sich alles was er brauchte. Schwierige Lage für uns. Der Leutnant war nun erfolgsverwöhnt und hielt seinen Trupp für unglaublich effektiv mit einem hohen Kampfwert. Dabei hatten wir doch nur Glück gehabt, dass die US Soldaten in Panik verfallen sind. Zurück im Lager erkundigte ich mich nach dem anderen Trupp. Die waren ja auch wieder zum Einsatz gekommen. Leider wusste keiner genaues und erst am späten Abend gab es mehr Informationen. Die andere Gruppe mit ihren 5 Trupps wurde komplett aufgerieben. Die waren in einer kleinen Ortschaft eingesetzt und sollten dann im Häuserkampf die feindlichen Panzer bekämpfen. Aber Häuserkampf war die schlimmste Art des Kämpfens und wenn man dann keine Möglichkeit hat sich schnell abzusetzen wird man flankiert. Dann ein paar Handgranaten in einen Raum und die Sache ist schnell erledigt. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, der war sich sicher nicht im Klaren darüber, dass er damit seine Männer ans Messer liefert. Und keinen einzigen Panzer konnten die Kameraden vernichten, also ein völliger Fehlschlag der Einsatz, aber nun war es zu spät. Wir konnten nur hoffen, dass wir immer in einem freien Gelände eingesetzt werden würden. Am Abend besuchten uns dann auch noch die Tiefflieger und schossen wie die Verrückten auf alles was sich bewegte. Zum Glück hatten wir Splittergräben und konnten uns schnell in Deckung werfen. Wir hatten noch zwei Flakvierlinge in der Nähe unseres Lagers stehen die dann ihren Segen gern Himmel schossen. Ein amerikanisches Flugzeug wurde auch getroffen und zog eine Rauchspur hinter sich her. Er zog dann noch hoch und dann sahen wir auch schon einen Fallschirm über unserem Lager. Direkt nach dem Angriff sprangen zwei Mann auf einen Kradt mit Beiwagen und sausten los um den Piloten gefangen zu nehmen. Was ein Schauspiel als das Flugzeug zur Erde stürzte. Es gab einen ordentlichen Feuerball, aber das war weit genug weg und wir bekamen davon nichts ab. Trotzdem hatten wir ein paar Tod und Verwundete. Den Küchentrakt hat es getroffen und nun war es wohl vorbei mit dem guten Essen. Nach einer Stunde war Tumult im Lager, die hatten den Piloten erwischt. Er war am Bein verwundet und saß mit schmerzverzerrtem Gesicht im Beiwagen. Ein Hauptmann der Flak kam und befragte den Piloten. Er gab ihm eine Zigarette und sicherlich sollte der nun verhört werden. Man half ihm aus dem Beiwagen und ich wurde gerufen um den Mann dann zu stützen. Zur Sanitätsbaracke sollten wir ihn bringen. Dann rauschte ein Kübelwagen heran und zwei SS-Männer spann heraus. Beides Obersturmführer und hochdekoriert. Es wurde gleich losgebrüllt wie er das Kommando hätte und der Hauptmann der Flak stellte sich vor. Die beiden wollten den Piloten haben, aber der Hauptmann erklärte, dass seine Männer die Maschine abgeschossen hätten und er nun den Mann an die Feldpolizei übergeben würde. Es gab eine lautstarke Diskussion und man hörte heraus, dass die SS-Einheit von den beiden Offizieren gerade von der US Luftwaffe ordentlich eins verpasst bekommen hat. Es gab viele Tote und Verwundete. Der Hauptmann ließ sich aber nicht beehren und stellte weiterhin energisch klar, dass der Pilot sein Gefangener sei. Das wurde den beiden SS Leuten dann wohl doch zu dumm, da eine zog eine Dienstwaffe und schoss dem Piloten ein Loch in den Kopf. Ich war erstarrt und voller Blut von dem Amerikaner. Er sackte wie ein Stein zusammen und ich ließ ihn einfach los. Aus seiner Kopfwunde floss das Blut. Eine bedrohliche Stille senkte sich über den Platz. Der Obersturmführer steckte seine Dienstwaffe ein und sagte zum Hauptmann, nun gut dann ihr Gefangener. Die beiden stiegen das Fahrzeug und fuhren davon. Alle hatten es mit angesehen und selbst unser Leutnant war sprachlos. Aber es wurde auch scheinbar als erledigt betrachtet. Der Hauptmann ließ den Toten auf einen Lkw laden und dann wurde er Richtung rückwärtigen Bereich geschickt. Das war für mich ein kaltblütiger Mord. Einen unbewaffneten und dann auch noch verletzten Feind einfach wie ein Stück Vieh zu erschießen. Aber was sollten wir machen? Gegen diese Männer konnte man nichts ausrichten, das mussten schon die Offiziere in die Hand nehmen. Am Abend mussten wir dann doch unser Lager räumen und uns weiter zurückziehen, der Ami kam scheinbar immer näher. Gegen Mitternacht hatten wir dann in einem kleinen Ort Quartier bezogen und konnten nur hoffen, dass es ruhig blieb. Schon am nächsten Morgen wieder antreten und unser Trupp wurde auf zwölf Mann aufgestockt. Blutjunge Soldaten standen mit uns in der Reihe, das letzte Aufgebot. Man war aber mittlerweile so abgestumpft und nahm es hin wie es war. Wunderwaffen sollten ja noch die Wende bringen und auch das war alles nur völliger Blödsinn. Was sollte denn jetzt noch passieren? Wir konnten nur versuchen unser Leben zu retten oder das so teuer wie möglich verkaufen. Meine Hoffnung wieder die Heimat zu sehen schwand mit jeder Stunde. Wir wurden angewiesen uns ab Mittag wieder klar zu halten. Es würde diesmal kurzfristig losgehen. April 1945. Der letzte Einsatz. Wir hatten ein paar Tage Ruhe in unserer neuen Unterkunft. Wir hatten in dem kleinen Ort Quartier bezogen und wurden noch immer gut verpflegt und der Tagesdienst war nicht übermäßig anstrengend. Wir wurden quasi geschont für den nächsten Spezialeinsatz und konnten uns den Tag über, wenn wir uns nicht gerade wegen der Bedrohung aus der Luft unsichtbar machen sollten, mit den Waffen und den nächsten Einsatzplänen auseinandersetzen. Ich verbrachte viel Zeit mit den jüngeren Soldaten, die als letztes Aufgebot das Reich verteidigen sollten. Einige direkt aus der HJ kommende waren, sowie auch Ernst, noch voller Tatendrang endlich die Waffe abzufeuern und den Amerikanern in die Flucht zu schlagen. Ich versuchte mit der entsprechenden Vorsicht den Kameraden zu erklären, dass es jetzt nicht mehr so viel am Kriegsende zu verändern gibt. Mit Vorsicht meinte ich natürlich, dass es sich nicht gleich nach Wehrkraftzersetzung anhören sollte. So wählte ich meine Antworten wohl überlegt, aber irgendwie wollten die ehemaligen Pimpfe das alles nicht hören. Viel lieber wollten sie am MG, am Gewehr und an der Panzerfaust ausgebildet werden. Auch mussten wir immer wieder erzählen, wie wir paar Überlebende die Ami-Panzer zerstört haben. Der Leutnant kam am Nachmittag zu uns und hatte einen besorgten Gesichtsausdruck. Scheinbar hat er nun auch begriffen wie die Lage ist und ich hoffte, dass weitere Opfer vermieden werden konnten. Wir traten mit den zwölf Mann die wir nun noch waren an und der Herr Leutnant erzählte uns wie die Lage war. Dass wir schon fast eingekesselt wären, aber die SS-Division nun den Korridor offen halten würden damit Panzer und Ausrüstungsgegenstände zu uns durchstoßen könnten. Damit wäre dann ein harter Schlag gegen die Amerikaner möglich die sich dann schnell zurückziehen würden um der 11. Armee die Möglichkeit zu geben sich neu zu gruppieren. Die dann in der Folge den Zufluss von frischen Kräften an den Schwerpunkten massiert einsetzen könnten. Ich dachte mir mein Teil dazu. Nachschub, Korridor, Panzer, wo sollte das alles noch herkommen. Ich kannte ja die Versorgungslage und da war nicht mehr viel. Aber lieber den Mund halten und nichts sagen war die bessere Alternative. Ich fragte mich nur ob das der Herr Leutnant wirklich alles noch glauben würde oder ob er nur versuchte uns aufzubauen. Wir hatten schon die Mitte des Monats überschritten und nun ging es auf den Geburtstag des Oberbefehlshabers zu. An solch einem Tag musste es immer Erfolgsmeldungen geben und ich war mir sicher dass wir da ein Teil zu beitragen werden. Und schon war es wieder so weit. Am nächsten Morgen Einsatzbesprechung für die Trupps. Wir sollten zusammen mit einer Infanterieeinheit und einer Gruppe Panzerabwehrkanonen wieder den Vormarsch stoppen. Na wenigstens mit PAX in der Abwehrfront sollte es nicht ganz so schlimm werden. Aber wofür brauchen die denn uns fragte ich mich. Aber auch hier hakte keiner mehr nach. Was solls auch, ändern können wir eh nichts. Wir luden Waffen und Munition auf, MG42 hatte der Oberfeld auch dabei und wir waren gut vorbereitet. Verpflegung gab es auch noch, kräftiger Eintopf mit ordentlich Fleisch drin. Ich langte ordentlich zu, denn wer weiß schon wann es wieder was gibt. Trotzdem packte ich mir noch etwas Brot und Dosenfleisch ein, man kann ja nie wissen. Wir wurden knapp 15 Kilometer weit gefahren und mussten dann den Rest durch unwegsames Gelände fortsetzen. Hier und da war Kampflärm zu hören und scheinbar machte die Artillerie ordentlich Rabatt. Die feindlichen Flieger waren auch schon am Kreisen und ich hoffte, dass wir in einem Waldstück bleiben würden. Aber auch da lag ich falsch. Diesmal war der Herr Leutland auch mit dabei, was mich wunderte. Sonst hatte er uns nur zur Front gebracht und ist dann verschwunden. Er hatte auch eines von den neuen Sturmgewehren dabei. Die Waffe war zwar bekannt, aber oft hatte man die noch nicht gesehen. Ja aber auch gegen Panzer hilft das Ding nicht. Der Wald wurde Lichter und wir kamen langsam an die Baumgrenze. Ich hatte schon die erste Pack gesehen, die zweite stand dann ca. 500 Meter weiter links, gut getarnt und teilweise eingegraben. Das waren sieben Fünfer, also eine gute Reichweite soweit ich mich erinnern kann. Sollte dann nicht so schlimm werden, wenn die erstmal loslegen. Der Herr Leutnant wurde von einem Hauptmann in die Lage eingewiesen und ein Melder kam gerade mit wichtigen Papieren. Ich bekam nicht alles mit nur Panzerspitzen, 2 Stunden, Luftangriff und so weiter. Es war ja schon Nachmittag und ich hoffte, dass es zu keinem Nachtgefecht kommen würde. Vor dem Waldrand lag ein freies Feld mit einer Landstraße, die knapp 2 Kilometer lang war und dann wieder in einem Waldstück verschwand. Uns wurde erklärt, dass die Vorhut dort drüben sitzt und Fühlung zum Feind aufnehmen sollte. Wir bekamen den Auftrag uns auf dem freien Feld einzugraben und so gut zu tarnen, dass man uns dort nicht sehen würde. Die Felder waren bewachsen aber der Bewuchs war nur knapp 20 Zentimeter hoch. Ich meldete mich zu Wort ob das wirklich der Befehl sei denn da kommen wir nie wieder weg. Meine Bedenken wurden weggewischt und ich wusste nun, dass die Schützenlöcher auch gleichzeitig unser Grab werden würden. Wir bekamen bestimmte Bereiche zugewiesen wo wir uns eingraben sollten. Ernst war wieder mit Eifer dabei und da konnte es nicht abwarten. Diesmal wollte er die Panzerfäuste abschießen und ich sollte ihm Deckung geben. Ich gab kein Bei und schärfte ihm wie vorher auch den anderen ein, dass man sofort nach dem Schuss in Deckung gehen muss. Ernst meinte nur zu mir, dass ich das ja schon 10 Mal gesagt hätte und er es nun endlich kapiert hat. Wir machten uns daran die Löcher zu graben und hofften dass keine Flieger vorbeikommen würden. Denn die würden uns auf dem freien Feld zur Sau machen. Aber das Wetter wurde schlechter und da kann man sich recht sicher sein, dass die Schönwetterpiloten der US Luftwaffe nicht aufsteigen würden. Die Löcher waren fertig und gut getarnt. Der Herr Leutnant hielt sich beim MG auf, dass uns aus der rechten Flanke Deckung geben sollte. Die Packs waren gefechtsbereit und der Plan sah vor, dass die 75er die feindlichen Panzer erst dann bekämpfen, wenn diese an uns vorbei sind. Treffer im Führungspanzer wäre das Signal für uns von der linken und rechten Seite die Kolonne zu zerlegen. Wenn wir verschossen hätten sollten wir abwarten bis der Ami den Rückwärtsgang einlegt. Dann haut die Pack nochmal dazwischen und wir wären fein raus. Wenn das klappt ist alles gut. Wenn wir türmen müssten wäre das unser Ende. Über freies Feld mehr als 1200 Meter bis zum Waldrand schier unmöglich. Es wurde dunkel und ich betete dass wir erst am nächsten Morgen fein Kontakt haben würden. Ich machte es mir in meinem Loch gemütlich und teilte mit Ernst das Dosenfleisch und das Brot. Irgendwann bin ich dann wohl eingeschlafen und wurde unsanft vom Kampflärm geweckt. Im Wald vor uns lieferten sich die Vorposten mit den Amis ein Feuergefecht. Man konnte die Geschossbahn sehen und das war ein Spektakelsondergleichen. Irgendwann setzte dann Artilleriefeuer ein und das lag scheinbar genau auf unseren Truppen. Einige Leuchtkugeln stiegen auf und man sah verwundete und nicht verwundete Lanze aus dem Waldstück springen. Die hetzten wie der Teufel über das freie Feld in die Richtung der Packstellung. Danach wurde es ruhig und der Armee hatte wohl genug fürs Erste. Ich schlief diese Nacht nicht mehr und wartete auf den Sonnenaufgang. Es wurde langsam hell und wir hörten wieder Motorengeräusche. Zwei Aufklärungsfahrzeuge schossen aus dem Wald heraus und fuhren mit schneller Fahrt auf die Packstellung zu. Wenn die jetzt feuern würden wäre es vorbei, also müssten sie abwarten. Die Spähfahrzeuge kurften durch die Gegend und es war ein Wunder, dass sie uns in den Feldern nicht erkannt hatten. Ein Fahrzeug blieb in einer Senke stehen, das andere fuhr in schneller Fahrt zurück zum Waldrand. 20 Minuten später kamen die ersten Panzer über die Straße. Ich zählte 5 Shermans und dahinter wieder voll bepackte Mannschaftstransporter. Mir blieb schön in Deckung und Ernst war ganz aufgeregt. Ich spät über die Kante unseres getanen Erdwalls mit dem K98 im Anschlag. Der erste Panzer war gerade an uns vorbei, da gab es einen Donnerschlag und der Führungspanzer wurde zerrissen. Direkt danach der nächste Schuss und der Spähwagen in der Senke flog in die Luft. Donnerwetter, die Jungs können was. Aber in dem ganzen Lärm haben wir nicht mitbekommen, dass doch Flugzeuge den Vormarsch absichern würden. Mehrere Kampfflugzeuge griffen die Packstellung an. Woher die das wohl wussten, blieb mir ein Rätsel. Scheinbar schossen die Amis Raketen auf die Stellung und nachdem die Maschinen abgedreht waren, lebte dort niemand mehr. Jetzt lags an uns. Ich schlug ernst auf den Helm und nun waren wir dran und die anderen Trupps eröffneten auch das Feuer auf die restlichen Panzer. Ich hörte Explosionen und MG Feuer, auch schwere MGs der Amis die in einem langsameren Takt schossen und unsere MGs stiegen in das Staccato mit ein. Ernst schob sich über die Kante und visierte einen Panzer an. Ich war wieder unten im Loch und hörte wie er seine Panzerfaust zündete. Treffer schrie er und blieb oben um zu schauen. Ich griff nach seinem Ärmel und ich wollte ihn runterreißen. Kopf runter schrie ich noch. Er grinste und schrie in meine Richtung, dass er dem ordentlich eine verpasst hätte. Drei Panzer sind schon ausgeschaltet, jetzt gehts weiter. Artilleriefeuer setzte ein, aber lag wohl auf dem Waldrand, wo sich unsere Infanterie eingegraben hatte. Mit der zweiten Panzerfaust im Anschlag ging Ernst wieder über den Rand und visierte. Ich dachte mir noch, warum schießt er da nicht. Er zielt wohl immer noch. Dann schoss er und im gleichen Moment, als ich hochschaute zerplatzte sein Kopf in 1000 Stücke. Ich war über und über mit Blut und Hirnmasse bespritzt. Ernst kniete noch immer, als ob sein Körper noch nicht mitbekommen hätte, dass sein Kopf weg war. Starr vor Entsetzen sah ich wie das Panzerfaustrohr ins Loch fiel und dann Ernst Körper auf mich draufsackte. Das Blut sprudelte aus dem Hals und ich bekam alles auf mein Gesicht und Oberkörper. Noch ein paar Herzschläge aus dem Stumpf, dann hörte der Blutschwall endlich auf. Ich war wie gelähmt, hatte ich doch schon so viel gesehen aber das war zu viel für mich. Der Kampflärm steigerte sich da draußen und irgendwann hörte man nur noch Panzerkanonen im Gehfeuer. Dann wurde es still. Ich rollte den toten Kameraden von mir runter und versuchte mir das Gesicht abzuwischen. Das gelang mir nicht. Ich blieb im Loch liegen und ergab mich meinem Schicksal. Nach kurzer Zeit hörte ich Stimmen die Englisch sprachen und zwei Soldaten tauchten an meinem Schützenloch auf. Die Waffe im Anschlag riefen sie mir zu, ich sollte die Hände heben und rauskommen. Langsam nahm ich die Hände hoch und versuchte vorsichtig aus dem Loch zu kommen. Ich muss schlimm ausgesehen haben und die dachten sicherlich ich wäre verwundet. Der eine schlug mich mit seinem Gewehr sodass ich auf die Knie sackte. Er zeigte auf den brennenden Panzer und schrie sowas wie »Du Panzer kaputt gemacht« im gebrochenen Deutsch. Ich schüttelte den Kopf. Als sie in das Loch schauten sahen sie nur das Gewehr. Die beiden Panzerfaustrohre lagen unter Ernst und waren nicht zu sehen. Und da das Loch über und über mit Blut und Fleischschwärzen besuhlt war, beließen sie es auch dabei. Die waren scheinbar wirklich wütend, denn aus dem Augenwinkel sah ich, dass ein anderer Trupp aus dem Loch geholt wurde und mit den Abschussrohren verprügelt wurde. Danach wurden sie erschossen. Unseren Leutnant hatten sie auch gefangen genommen, aber der war kreidebleich und ihm fehlte der rechte Arm. Man sah auch das es zu Ende ging, aber die Amerikaner machten keine Anstalten ihm zu helfen. Ich konnte auch nicht zu ihm und er starb auf dem Feld vor meinen Augen. Drei Mann waren noch am Leben. Ein Gefreiter, der Oberfeld und ich. Zwei Panzer brannten, einer war beschädigt und ein Spähfahrzeug hatte auch was abbekommen. Von unseren Truppen keine Spur und die Packs waren auch im Eimer. Ich wurde abgeführt und mit anderen Soldaten in ein Sammellager gebracht. Dort lagen wir dann den ganzen Tag ohne Wasser und Verpflegung. Später durften wir zu einem kleinen Bach und uns was zu trinken holen. Drei Tage hungerten wir dort bis wir an ein weiteres Lager gebracht wurden. Hier hatte man ein Einsät mit uns und gab uns die Möglichkeit sich zu waschen und auch was zu essen wurde vorbei gebracht. Meine Kriegsgefangenschaft endete im Juli 1945 und ich machte mich auf den Weg zu meiner Familie. Es war endlich vorbei. Ich habe diese Zeilen aufgeschrieben in der Hoffnung der Familie von Ernst irgendwann mal zu erzählen was mit dem geliebten Sohn passiert war. Auch wollte ich erklären wo er vermutlich noch im Felde liegt und dass er ja eigentlich mir das Leben gerettet hat. Leider konnte ich all die Jahre keinen Kontakt herstellen da die Familie wohl ausgebombt wurde und möglicherweise auch in den letzten Kriegstagen umgekommen ist. Ich hatte so viel Aufmerksamkeit, aber ich konnte es nicht mehr so viele Frauen in die Kommentare haben, aber es war ja kein Wort. Aber so viele Leute haben mich in die Schule